Ja, Dr. Greger liegt wieder falsch, und zwar was das Thema DHA angeht. Ihr wisst ja, er ist dafür, dass man Algenöl zu sich nimmt, DHA, EPA, weil Veganer davon zu wenig kriegen, bla bla, und von daher kennt ihr die Geschichte von ihm. Und natürlich ist das genau wie die Sache mit den Nüssen, die er erzählt, natürlich absoluter Nonsens, dass Nüsse gut sind fürs Herz, für die Gefäße, deine Wahrscheinlichkeit senken an Herzinfarkt und Arteriosklerose und so zu erkranken, was natürlich absoluter Nonsens ist. Du kannst nicht irgendwas essen, was 80 bis 90 Prozent Fett hat und erwarten, dass es irgendwas Gutes für deine Gefäße macht. Das ist natürlich absoluter Belödsinn. Von daher, es hat Vexos wieder ein Video rausgebracht, und zwar der DHA-Scam. Und da hat er auch wieder den Dr. Greger durch den Kakao gezogen, sage ich jetzt mal, oder den widerlegt. Und von daher, das sind so die zwei Sachen, die ich auch bei Dr. Greger natürlich absolut katastrophal finde, dass er diese Sachen erzählt, dass man wirklich, du musst überlegen, Fischöl oder nicht Fischöl, sondern diese Ölkapseln, bei Veganer heißt Algenölkapseln, das ist ja Öl. Du nimmst ja Öl zu dir mit Absicht, jeden Tag. Öl, reines Öl, isoliert, 100 Prozent isoliert. Das ist ja genau das gleiche wie Olivenöl oder sonst was, nur dass das aus Algen ist. Oder halt einfach nur, auch wenn das irgendwie nur EPA, DHA wäre oder sowas. Das ist ja immer noch reines, isoliertes, 100 Prozent reines Öl. Von daher ist das natürlich alles absoluter Nonsens. Und der hat hier ein Video gemacht, ich wollte es kurz erwähnen, ganz kurz ein paar Sachen dazu sagen. Ich habe hier ein paar Studien rausgesucht auch, die ich mit euch kurz durchgehen will. Ihr wisst vielleicht, dass ich schon zwei Videos gemacht habe. Hier ganz wichtig, die ersten zwei Videos sind von mir, die werde ich euch verlinken. Da habe ich über EPA, DHA gesprochen und über Fischöl und Omega-3. Und von daher ganz, ganz wichtig, guckt euch die zwei Videos an. Wenn euch das Video interessiert, das wird jetzt höchstwahrscheinlich auch das letzte Video sein, zu diesem ganzen Nonsens von Omega-3, DHA, EPA, dieser ganze unfassbare Nonsens, der in den letzten Monaten hochgekommen ist. Das ist wieder so eine Geschichte. Der neuste Mangel, ich glaube der aller, aller neuste Mangel, der jetzt erfunden wurde von Anti-Veganern, das ist Vitamin A. Es gibt ja jetzt, Veganer haben jetzt Vitamin A Mangel. und davor von Anti-Veganern wurde erfunden, dass in den letzten Monaten, dass die irgendwelche Probleme immer haben mit Fettsäuren, wo ich mir schon immer gedacht habe, so, oh, warte mal, Fettsäuren? Es gibt einen Fettmangel? Menschen haben Fettmangel? Siehst du, das ist immer der Mechanismus, nach dem ich gehe. Ich denke mir immer, jemand sagt, kommt zu mir und sagt, Veganer haben Probleme mit Fettsäuren, dann überlege ich, okay, welcher Veganer hat Probleme mit Fettsäuren? Welcher Mensch hat diesen Mangel? Jemand sagt zu mir, Proteinmangel, ich überlege, welcher Mensch hat Proteinmangel? Noch nie gesehen, noch nie gehört, nicht mal im Internet, genauso, noch nie habe ich jemanden mit Omega-3-Mangel gesehen, gehört, jemals sowas feststellen können, niemals Kalziummangel noch nie gesehen, noch nie gehört und deswegen daran siehst du immer, ist es ein Scam oder nicht. Das, was es in der realen Welt nicht gibt, das gibt es auch nicht. Das sind einfach nur, das erzählen Leute, weil sie interessant sein wollen, weil sie Kohle damit verdienen wollen, auch Geld ist immer ein ganz, ganz großer Faktor, was das angeht, diese ganzen Mängelgeschichten, von daher, das ist mein drittes Video zu diesem Thema und ich wollte hier ganz kurz mal durchgehen. Diese Studien, ja, ein paar, ich habe hier ein paar Studien rausgesucht, ich habe mir nicht mal das ganze Video anguckt von ihm, das Video von ihm, das ist elendig lang, eine Stunde geht das und das ist einfach, ja, das Thema ist für mich irrelevant, ja, das ist einfach uninteressant. Natürlich ist es so, Omega 3 ist absolut notwendig und essentiell für den Körper, das heißt, der Körper kann sich herstellen, du musst es zu dir nehmen, aber der Punkt ist nun mal, es hat noch nie ein Problem damit gegeben, es hat noch nie einen Mangel gegeben, niemand hat ein Problem damit, von daher, ne, ist das einfach nur ein einziger großer Scam. So, und dann habe ich hier einmal aufgeschrieben, die ganzen Funktionen, wofür es wichtig ist, ja, es macht das Blut dünn, das weiß man ja, wenn du Omega 3 Fette zu dir nimmst, die machen dann Blut dünn, dann Omega 3 hemmt Entzündungen, senkt die Triglyceride, ist wichtig für das Immunsystem, verringert das Risiko für Krebs, ist für den Aufbau von Zellmembran, Nerven und das Gehirn zuständig, wisst ihr ja, fürs Gehirn, Fett immer wichtig. Und von daher, das heißt nicht, dass man jetzt Fett zu sich nehmen soll, aus einer Ölflasche oder sowas, ne, du sollst Fett zu dir nehmen, Fett ist absolut essentiell, aber nun mal in Form von einer Erdbeere, ja, von Haferflocken, von Blattgrün, von Grünkohl, von Brokkoli, das ist das Fett, das du brauchst, ne, deswegen ist da so wenig Fett drin, weil du wenig Fett brauchst, ne, und genau, so, die besten Quellen sind Leinsamen, Chiasamen und Walnüsse, habe ich auch schon in anderen Videos gesagt, ist ganz klar, Leinsamen, die absolute Nummer 1, das Institute of Medicine sagt, man braucht ca. 1,6 Gramm pro Tag, entspricht etwa einem Esslöffel geschrotete Leinsamen, aber es wird auch nichts passieren, wenn du diese Menge nicht zu dir nimmst, ne, es ist noch nie was passiert, es ist keine Krankheit irgendwie bekannt, die ausgelöst wurde durch irgendwie Omega-3-Mangel, ne, ich habe sowas noch nie gehört von Omega-3-Mangel überhaupt, so eine Wortzusammenstellung kenne ich überhaupt nicht, Omega-3-Mangel, ja, oder Fettmangel oder sowas, das hört sich schon sehr, sehr seltsam an, ne, Fettmangel, von daher natürlich ein einziger Scam, der Körper ist klug, der Körper kann was tun, er kann kompensieren, wenn dir irgendwas fehlt, nimmt er irgendwas anderes dafür, wandelt irgendwas um, macht irgendwas anderes, versteht ihr, der Körper kann immer kompensieren, deswegen hat es so einen Mangel noch nie gegeben, deswegen gibt es auch keinen Proteinmangel oder sonst was, weil es ein Aminosäure-Pool gibt zum Beispiel, der Körper nimmt sich die Aminosäuren, die er braucht, die fehlen, so gesagt, oder die nicht fehlen, sondern zu wenig da sind, dann nimmt er sich die aus dem Blut, aus dem Blutpool, Aminosäure-Pool heißt das, und von daher, der Körper hat seine Mechanismen, okay, der Körper ist nicht dumm, der Körper ist so unendlich schlau, das kann man sich kaum vorstellen, auf jeden Fall hier die erste Studie, die sagt, Nüsse und Avocados unterdrücken die Umwandlung von Omega-3 zu DHA und EPA, da sie viel Omega-6-Fettsäuren haben, Omega-6 benutzt die Enzyme, die zur Umwandlung erforderlich sind, also man muss aufpassen, allgemein mit Fett, ja, indem man Fett zu sich nimmt, also hier steht jetzt nicht, dass Avocados und Nüsse dafür verantwortlich sind, sondern dass Fett dafür verantwortlich ist, und Nüsse, wisst ihr, 80-90% Fett, genauso wie Avocados aus 90% Fett, die haben viel Omega-6 und hier in der Studie steht, dass die Transporter wegnehmen, diese Nahrungsmittel, die so viel Omega-6-Fettsäuren haben, deswegen sollte man da auf jeden Fall aufpassen mit Nüssen und Avocados, wenn man möchte, dass die Enzyme frei sind, die Omega, die zur Umwandlung von EPA und DHA benötigt werden, deswegen weniger Nüsse essen, Avocados essen, diese ganzen High-Fat-Foods, das ist dein bester Weg, um gute Omega-3-Spiegel oder EPA-DHA-Spiegel zu kriegen, einfach aufhören, dieses ganze Fett zu essen. So, dann die nächste Studie ist, ja, hier habe ich auch noch aufgeschrieben, was der größte Enzymkiller überhaupt, was killt überhaupt diese Enzyme oder nimmt die weg, nimmt die ganzen Enzyme weg, das sind natürlich Tierprodukte, die vollgestopft sind mit Omega-6 und Öl, ganz klar, dann trinkst du Omega-6, von daher absolut katastrophal. Dann hier, das ist die Studie, die aufgeführt wird, immer wenn es heißt, dass DHA gut ist, hier ist eine Studie, ihr seht hier im Titel, hier Improved, also es ist gut für Memory, dass man sich an Sachen erinnern kann und Reaction-Time, deine Reaktionszeit, DHA supplementieren, verbessert das natürlich und das ist so eine der beliebtesten Studien, die da angeführt wird, aber wenn wir natürlich genau hingucken, hier haben wir die Studie im Volltext und dann nach unten gehen und uns die Fundings angucken, was stellen wir fest? Ja, hat Geld erhalten von DHA-Herstellern, sehr, sehr interessant, deswegen ist das eine Studie der Industrie und deswegen kannst du diese Studie im Klo runterspülen. Dann zum Beispiel BBC News hat sich mal zu Wort gemeldet, Fischöl-Nonsense nennen die das, Fischöl-Kapseln zu sich nehmen, ist absoluter Nonsense, weil die haben auch recherchiert und festgestellt, die Koch-Range-Wissenschaftler haben sich die Studien angeguckt und haben es als nutzlos abgestempelt, deswegen ist das natürlich Fischöl-Kapsel-Scam, ist natürlich absoluter Scam, Fischöl-Kapseln so und so, da sind Schadstoffe drin, weil Fisch so extrem belastet ist mit den ganzen Schwermetallen und alles so und so mega ungesund und dann hast du nochmal das pure, reine Öl aus dem Fisch, Fischöl, natürlich absolutes Gift, Fischöl-Kapseln ist absolutes, reines Gift, was du zu dir nimmst, das sich fett und krank macht. Und dann hier noch eine Studie, dann kommen wir zu den Studien, die negatives zeigen bei Supplementation von DHA und zwar, es wurden über 3.400 Männer in dieser Studie untersucht, die die höchsten DHA-Spiegel hatten, hatten die höchste Wahrscheinlichkeit für Prostatakrebs ca. 150% Anstieg gegenüber den mit den niedrigsten Spiegeln. Ja, ziemlich üble Sache. Und dann haben sich die Forscher gefragt, kann das sein, dass es schon irgendwie krass ist, dass das Krebsrisiko steigert. Wir müssen das bestätigen, dann gab es eine Folgestudie und die hat es bestätigt. Und dann hat man hier in der Folgestudie festgestellt, hier hat man einen Anstieg von 43% für die mit den höchsten EPA, DHA und EPA-Konzentrationen gefunden. Also, willst du auf keinen Fall haben, 43% Anstieg für Prostatakrebs und deswegen solltest du vielleicht die Finger davon lassen, ja, diesen Mist zu supplementieren. Und dann hier noch eine Studie, werde ich euch natürlich unten alles verlinken, die hat sich das auch mal angeguckt und hat festgestellt, hier könnt ihr es lesen, confirms, previous reports, die vorigen Studien werden bestätigt durch diese Studie, dass es tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für Prostatakrebs erhöht. Von daher, Leute, ganz kurz, ganz knapp dieses Thema abgearbeitet und ganz, ganz wichtig, guckt euch sein Video an, wer sich für das Thema interessiert. Das ist ein mega langes Video, Studie nach Studie, so wie alle seine Videos, sehr, sehr trocken, sehr, sehr trocken, so wie im Unterricht halt. Aber, ja, das ist nun mal die absolute Wahrheit. Ist einfach ein No-Brainer, für mich ist das ein No-Brainer, deswegen habe ich Dr. Gregor niemals geglaubt, was das Thema angeht, weil ich einfach gedacht habe, du sagst, man soll Öl zu sich nehmen, Öl in Kapseln, völlig egal, was für ein Öl, völlig egal, wie gesund dieses Öl ist, was auch immer, völlig egal, Algenöl, reines DHA, EPA, bla, 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 völlig egal, das ist Öl, das ist ein No-Brainer, dass das ungesund ist. Und natürlich kam dann jetzt so ein Video von Vexor, der natürlich derselben Meinung ist, wie ich, und sagt, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, der Dr. Gregor und der Fuhrmann, okay, Fuhrmann kann man so und so vergessen, den Typen, aber Dr. Gregor ist auch der Einzige, der das promotet, diese Öl supplementieren, also DHA, EPA, von daher, ja, ist das natürlich absoluter Nonsens, auf keinen Fall supplementieren, braucht kein Mensch, absoluter Scam, der von Nicht-Veganern verbreitet wird, und, naja, von Dr. Gregor. Von daher, Leute, das Video dazu, ich hoffe, das Video ist jetzt klar, guckt auch meine anderen zwei Videos, wen das Thema interessiert, ansonsten ist das Thema für mich absolut abgehakt, ich werde darüber nie wieder irgendwas sagen, das ist einfach so irrelevant, so unwichtig, ne, Fettsäuremangel, ne, schon mal davon gehört, von daher, Leute, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr gerne Mitglied werden, das wäre super nice für euch, das wäre super nice für mich, und super nice für euch auch, weil ihr dann vegane Abzeichen kriegt, und verschiedene E-Motes, die ihr im Livestream benutzen könnt, und so weiter, andere Vorteile, einfach mal draufklicken, durchlesen, was für Vorteile ihr kriegt, und guckt ein weiteres Video von mir, Peace.